Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Der Ducking-Port befindet sich jenseits der Magnetbahn. Es wurde ein Reparaturauftrag erteilt. Ellie, ich habe hier ein Problem. Scheinbar befindet sich der Docking-Port, der zur Solaranlage führt am Boden des Schachts. War ja klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich sehe mir das Ganze mal von draußen an. Oh ja! Nyaaah! Das war's für heute. 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 Was? Das war's für heute. 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 Greek Autorisierung erkannt. Hallo. Staatsjungswachtmann Howard Phillips. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Oh! Autorisierung Ihres Gastes Autorisierung Ihres Gastes Autorisierung Ihres Gastes Autorisierung Ihres Gastes Schuss, dann aktiviert. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Achtung, Wachmann Howard Felix Unautorisierte Benutzung des Zugangslifts erkannt Bitte antworten Sie Die ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020